Inflationsausgleich für Beamte und Pensionäre, Rentner gehen leer aus. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich bin gerade auf der Internetseite vom Sozialverband Deutschland und der Sozialverband Deutschland hat am 22.09. nochmal was ganz aktuelles zum Thema Inflationsausgleich für Beamte und Pensionäre veröffentlicht und auch in der Headline geschrieben, Rentner gehen leer aus. Ich zeige Ihnen das jetzt einfach mal. Ich hoffe, Sie können es gut sehen und lesen. Ansonsten mache ich es nochmal ein bisschen größer hier. Jawohl, da sehen wir die alte Dame oder die ältere Dame. Die Überschrift heißt also Inflationsausgleich für Beamte und Pensionäre, Rentner gehen leer aus. Ja, das wissen wir. Leider ist das so. Gesetzliche Rentner haben aktuell keine Möglichkeit, einen inflationsbedingten Ausgleich zu bekommen. Der Bundestag hat wohl die Anpassung der Besoldung für Staatsdiener beschlossen. Das ist dieser Besoldungs-, also dieses Gesetz zur Übernahme der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst. Und da wurde beschlossen, dass Staatsdiener, also die im aktiven Dienst sind, die 3.000 Euro als Sonderzahlung erhalten und Pensionäre bis zu 3.000 Euro. Pensionäre, das sind die Leute, die als Staatsdiener, als Beamte jetzt im Ruhestand sind und dort sich freuen können, dass sie mehr Geld bekommen. Ja, steuerfreies Geld, wunderbar. Ich bekomme da immer mal ein paar Anschreiben von irgendwelchen Beamten oder pensionierten Beamten, die mir dann so vorwerfen, ich hätte wohl was gegen Beamte, Pensionäre und so weiter. Sie hätten ja als Pensionäre, bekommen sie ja erst nächstes Jahr die normale tarifrechtliche Erhöhung ihrer Besoldung und das, ja, es gibt auch Leute, die als Landespensionäre dann halt eben mir auch schreiben und dann mir mitteilen, dass sie leider nur 2,9% Erhöhung bekommen. Ja, also meine Damen und Herren, im Grundsatz, ich habe nichts gegen Pensionäre. Ich habe auch nichts dagegen, dass Pensionäre Pensionen bekommen. Ich habe nur, das möchte ich Ihnen einfach nur nochmal in diesem Zusammenhang sagen, ein Problem damit, das ist ein Gerechtigkeitsproblem und das sollten Sie sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, dass Pensionäre im Schnitt, im Bundesschnitt, 3.200 bis 3.300 Euro Pension erhalten, meine Damen und Herren. Hingegen ein Rentner, der 45 Jahre gearbeitet hat, gerade mal auf 1.600 Euro Brutto bekommen. Und der musste dafür eigene Beiträge zahlen und der Pensionär eben nicht, meine Damen und Herren. Und die meisten Rentnerinnen und Rentner, die ab 2022, 2023, 2024 in Rente gehen, die müssen sogar auf ihre Rente auch noch Steuern zahlen, wenn sie eine bestimmte Höhe erreicht haben. Also da brauchen wir die Pensionäre bitte auch nicht mehr kommen, dass sie auf ihre Rente oder auf ihre Pension oder von ihrer Pension schon die entsprechenden Steuern abgezogen werden. Das müssen die Rentnerinnen und Rentner auch sein. Aber ich komme nochmal zum, also nochmal, ich habe nichts gegen Pensionäre oder gegen Beamte, sondern ich sage ganz einfach, wir können es uns in Deutschland einfach nicht leisten, dass wir zwei Rentenversicherungssysteme haben, einmal die für Beamte und einmal die für Rentner. Es müssen alle in einen Topf einzahlen. Nur so können wir die entsprechende Generationengerechtigkeit herstellen. Kann also nicht sein, dass ein Beamter für vergleichbare Tätigkeit viel, viel mehr Pension oder Rente bekommt wie ein normaler Arbeitnehmer, der nicht verbeamtet ist. Also kommen wir nochmal auf das Kernproblem zurück. Hier gibt es also für Beamte und Pensionäre die bis zu 3.000 Euro Pensions-Inflationsausgleichsprämie. Die Besoldung selbst wird im März 2024 dann nochmal angehoben. Der Bundestag hat die Übernahme des Vertragsabschlusses des öffentlichen Dienstes auf die Bundesbesoldung und Versorgung in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag. Also erst vor ein paar Tagen. Wir haben jetzt den 24., den Sonntag. Das müsste also in der Nacht vom 20. zum 21. oder 21. zum 22. diesen Jahres, 22.09. gewesen sein. Der Abschluss sieht vor, dass Staatsbedienstete ab März 5,5 Prozent mehr sollte erhalten. Natürlich dann auch die Pensionen entsprechend 5,5 Prozent ansteigen. Und bis dahin werden dann bis zu 3.000 Euro Inflationsprämie steuerfrei noch gezahlt. Was, wenn man das letzten Endes auf die gestückelten Beträge für dieses Jahr zum Beispiel umrechnet, ist das auch eine ordentliche Erhöhung der Besoldung und auch eine ordentliche Erhöhung der entsprechenden Pensionsvergütung, meine Damen und Herren. Und deswegen soll doch bitte keiner der Pensionäre hier mit mir herum diskutieren, dass er im Kern dieses Jahr, wenn er dann den entsprechenden Teilbetrag bekommt, nicht schon ein Stückchen vom Kuchen abbekommt. Hingegen Rentnerinnen und Rentner, deren Nachbarn sie ja auch sind, die genau das gleiche Problem haben wie sie, dass sie inflationsbedingte Mehrkosten haben, hier letzten Endes nichts bekommen. Meine Damen und Herren, es ist natürlich auch klar, wir haben eine Beamtenversorgung und wir haben gesetzliche Rente. Das habe ich gerade gesagt, völlig klar. Und für Rentnerinnen und Rentner gilt natürlich nicht der öffentliche Dienst und auch der Tarifabschluss, sondern hier gelten schlicht und ergreifend völlig andere Regeln. Wir haben als Rentnerinnen und Rentner bekommen wir, wenn wir Glück haben, eine Rentenerhöhung, die aber nicht inflationsbedingt ist. Also gibt es da keinen inflationär bedingten Ausgleich. Und der Sozialverband kritisiert hier, dass Rentenbeziehende im Vergleich zu Pensionären damit deutlich schlechter gestellt sind. Gegenüber der Frankfurter Rundschau erklärte die SOVD-Vorsitzende Engelmeier, es ist gut und notwendig, dass sich in vielen Branchen hohe Tarifabschlüsse und Vereinbarungen für Sonderzahlungen an Beschäftigten gibt oder gegeben hat. Diese Tarifvereinbarungen aus dem öffentlichen Dienst sollen nun auf Beamte, Pensionäre und alle anderen Versorgungsbeziehende des Bundes übertragen werden. Das ist übliche Praxis, das ist nichts Neues. Aber, meine Damen und Herren, Rentnerinnen und Rentner beschleicht ja ein massives Gefühl der Ungleichbehandlung. Das ist doch völlig klar. Denn gesetzliche Renten fallen zum einen niedriger aus und zum anderen bekommen Rentnerinnen und Rentner eben keinen Inflationsausgleich. Und diese Sonderzahlungen werden automatisch nicht nächstes Jahr an die Rentenanpassung einfließen. Das heißt also, der Gesetzgeber sollte doch endlich was tun, damit hier inflationsbedingte Sonderzahlungen für Rentnerinnen und Rentner beschlossen werden. Es müssen doch nicht 3000 Euro sein, es können doch 1000 Euro sein. Das Geld ist in Deutschland da. Deutschland ist ein reiches Land. Lassen Sie uns einfach in Deutschland eine Vermögenssteuer wieder einführen, wie wir sie 100 Jahre lang hatten und wie sie leider Gottes vom Bundesverfassungsgericht, glaube 1997, abgeschafft worden ist. Ein völliger Irrsinn. Ja, wir hätten hier ohne Probleme das Geld da. Das wäre gar kein Problem. Und deshalb kann ich mich der Forderung des SOVD nur anschließen vom 22.09. Ich fordere die Bundesregierung auf, geben Sie endlich nach und geben Sie endlich den Rentnerinnen und Rentnern in Deutschland einen inflationsbedingten Ausgleich als Einmalzahlung oder als Zweimalzahlung meinetwegen jeweils 500 Euro dieses Jahr, 500 Euro nächstes Jahr. Das ist eigentlich eine Frage der Gerechtigkeit und auch der Gleichbehandlung. Wir sitzen hier alle in einem Boot und gerade die älteren Menschen, gesetzliche Rentenempfänger, haben deutlich weniger Geld als Pensionäre und haben wirklich deutlich höhere Probleme durch die Inflation als diese bevorzugte Gruppe. Meine Damen und Herren, wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, Ihnen Pensionären natürlich auch, senden Sie mir einfach eine Nachricht, schicken Sie mir wieder Ihre Mails und ich freue mich auf Ihre Reaktion, auf Ihre Kommentare zu diesem Video. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche und bitte drücken Sie uns allen die Daumen, dass alle gesetzlichen Rentnerinnen und Rentner dieses oder nächstes Jahr diesen Inflationsausgleich endlich bekommen, damit diese leidvolle Diskussion in Deutschland aufhört und die Menschen auch Vertrauen in die gesetzliche oder Vertrauen in ihre Politik und ihre Staatsoberhäupter in Deutschland haben, was ja aktuell zurzeit nicht mehr der Fall ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.